Hey Leute, was geht? Ich war willkommen zu einem Video mit Ente! Was geht? Was geht, Ente? Wie sind ihr euch in Bro-Kevin, Bro-Play oder wie das heißt? Aber Ente, guck mal, wir sind ganz arm, was ist mit uns passiert? Oh Mann, Alter, wir haben gar nichts, ich hab kein Geld, Bro! Unsere Klamotten sind voll kaputt und hier, guck mal, die sind kaputt und alles und ich stink mal! Oh, du stinkst ja mega! Ja, wir müssen mal wieder duschen gehen oder so, Mann, aber ich merk auch gerade, ich hab richtig Hunger! Ja, ich auch, Ente, ich brauch was zu essen! Hey, warte mal, da vorne, da ist doch ein Supermarkt, oder? Ja, das ist ein Supermarkt! Warte, guck mal, hab ich überhaupt noch Geld bei der Rosentasche? Nein, ich hab gar nichts mehr, Ente! Ich hab gar keine Kohle, was soll ich denn kaufen, Ente? Aber ich hab Hunger, Ente! Was hast du? Ich hab Hunger, ich will da rein! Ich hab auch Hunger! Was sollen wir jetzt tun? Denkst du, wir können da kurz reingegangen? Guck mal, an der Kasse ist gerade niemand, ich glaub, die sind gerade im Lager oder so! Schnell, 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 Ente, wir haben keine Zeit, wir haben alles mit! Ich hab eine Tüte genommen, lauf! So, ich mach die Tüte da, ich brauch noch Essen hier und alles, Doritos hier, was ist das? Schnell, schnell, oh, hier gibt es sogar Pizza, oha, nice! Guck mal, nice, ich kann hier gerade so viel essen, wie ich will! Oh, ich hoffe, es kommt hier gleich keiner, so, nimm dir schnell noch alles mit, so lange du kannst! Nein, ich hab, ich steh mein Pizza-Stück! Hier Getränke, nehm ich mir auch noch schnell ein paar raus! Mit Cola! Cola, ja, will ich auch, ich hab so Dors! Geh mir auch doch kurz ab! So, gibt es hier noch Wasser, gibt es noch Sandwiches, auch immer gesund hier! Hier gibt es noch Äpfel, lecker, lecker, lecker! Ja, Äpfel gesund, nehmen wir auch mit! Oh, guck mal, da kommt schon jemand! Oh, wir müssen, glaube ich, jetzt fallen! Oh, lauf, 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 lauf! Oh, okay, das alles brauche ich nicht, lauf, lauf! Ich gebe den Einkaufswagen mit, let's go! Wir tun das, wir einkaufen! Ähm, äh, wir fahren hier nur einkaufen, ähm, Tschüss! Äh, ja, das ist doch mal, ey, du, Klaus, du kannst einen Einkaufswagen! Oh, wir müssen sie stehen lassen, hier, nimm du den! Wir sind so auffällig! So, okay, habt ihr weggemacht, ey, wir müssen schlafen, ich glaube, die Polizei kommt schon! Warte, ich geh mir gerade Pizza auf den Weg, die ist so lecker! Danke, Pizza! Mio, 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 mio! Oh, da vorne steht ein Roller, kann ich sie mitnehmen? Hehe! Oha, warte mal, hier ist doch auch ein Pizza-Laden, oder nicht, oder? Guck mal, hier vorne! Doch, guck mal! Was sind die Kräfte? Das ist doch mit Drive-In und alles, guck mal! Hier kann man dann sprechen und dann kann man hier vorne sein Essen abholen gehen irgendwo, am Schalter. Boah, ist ja mega cool auch! Oha, ich hab auch nicht mehr so Lust, die ganze Zeit zu klauen und alles, soll ich... Ey, hier ist ein Hotel, einfach, wollen wir da einziehen? Wir haben doch nicht mal Geld, um für das Hotel... Hä, wir würden hier einfach Geld... Ja, lass die arbeiten gehen, komm, wir liefern Pizza aus! Okay, machen wir! Lass mich nachfragen, ob wir Pizza liefern gehen können, oder... Gibt es überhaupt Pizza, ich weiß nicht... Ich glaub, die liefern hier andere Sachen, was liefern die hier? Ha, guck mal, die liefern, Ente! Nein, das ist doch! Ja, Mann, richtig gut! Wo ist die raus? Nein, Ente ist gut, lass mal die liefern, okay? Was denn, vielleicht können wir den Job kriegen? Hier, guck mal, hier steht Job, let's go! Ich brauche mich grad hier schon, guck mal, ich hab mir grad den Job angenommen, glaube ich, du musst hier einmal draufklicken... Ach, du wischst hier schon! Gute Arbeit, Ente, du verdienst schon deine ersten Euros! Okay, hab mich umgezogen, let's go! Gott, Männer, wir müssen fahren, die Lieferung wartet! Ey, das meint, das meint... Geig auf! Ah, wir können zu zweit fahren, let's go, wir liefern die Pizza, ich glaub, wir müssen hier zu einem Haus, oder so, ja, fahr mal hier lang! Wo soll ich hinfahren? Ja, fahr geradeaus, ich glaub, ich seh die Adresse, fahr geradeaus, ja! Jo, du musst Navi anmachen, ich kenn mich hier gar nicht aus! Oh, ich brauch mein Handy, warte mal! Okay, hab jetzt hier mein Handy in der Hand, Leute, so, du musst weiter hier nach rechts fahren, Ente, ja! Oh, die Pizza, die Pizza wird schon kalt, Ente, beil dich! Ja, ich beil dich, da kann ich schneller fahren, die Karre! Oh, Mann, das geht doch nicht! Oh, wer steht da vorne? Egal, wir müssen weiter, nach vorne, nach oben musst du jetzt fahren! Da, nach rechts, oben! Los, fahr weiter, nach vorne ist das Haus! Oh, ey, Achtung, da ist die Polizei! Warte, 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 wirst du stehen bleiben, ich glaub, ja, du kannst... Äh, wir liefern nur Pizza, wir haben nichts gemacht, Polizei! Oh, nein, die Polizei... Ah, ja, wir haben die Pizza hier, für dich ist die Pizza hier, will ich schon! Ja, die Pizza ist für die Polizei, genau! So, ich geb ihm das jetzt, gif! Komm, nehmt die an, der nimmt die nicht an! Ja, die hat die an, genau, guck mal, er hat sie in der Hand! Hey, glaub, die Pizza bestellt und sie nicht an, nehmt! Lord, auch da hat er die! Hey, der Polizist hat einfach Pizza bestellt, wo ist unser Mobil? Wie, wir müssen zurück! Ja, bevor er uns zerhaftet, Mann, wenn ihm die geschmeckt, dann nimmt er uns hoch! Hey, so, okay, da ist sie jetzt, ganz gut! Okay, ich hab schon den nächsten Auftrag am Handy hier bekommen, okay, wir müssen jetzt... Oh, ich hab noch eine Pizza dabei, nice! Oh, warte, ich hab noch eine Pizza dabei, nein! Ich bin sauer in meiner Hand, ah! Ah! Okay, fahr erstmal weiter, fahr erstmal weiter! Wo ist eigentlich dein Uniform mit? Hey, du hast hier gerade noch... Hey, die Polizei, folgt uns! Oh, oh! Was ist das denn? Oh, 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 ich glaub, ich weiß nicht, so geschmeckt, soll ich stehen bleiben! Warte, er fährt weiter, er fährt weiter, okay, es ist nix los, oder? Oh, ich glaub, hält uns an, oder? Oh, oh, äh, ich fahr einfach da nach rechts, fahr weiter, fahr jetzt rechts! Fahr weiter, fahr, fahr, fahr! Ah, hier sind die Spiele, die erst essen wollten, guck! Ja, fahr euch, nicht abhauen! Eure Pizza, die wird schon kalt! Die hat einfach bestellt und läuft vor uns weg, was soll denn das? Da vorne ist die, so! Hier die Pizza, die sie wollten, hier und anklicken und... Und damit sieht! Ja, die hat die Pizza angenommen! Guck, ich hab ein neues Auto, Alpha! Wie, hast du schon so viel verdient? Hä, ist ein Polizeiauto, komm, wie schnell das ist! Oh, warte, ich steig mal ein! Arbeiten jetzt meine Polizei schon, oder was? Hä, nein, wir sind immer noch beim Lieferdienst! Hä, ich steig auf, sie laufen gar nicht auf den Fahrt! Was geht, Mann? Weißt du was, ich liefere jetzt einfach dich aus, zur Polizei! Nein, hilf, hilf, hallo! Das war's mit dir, Ente! Helf mir! Hä, wo ist die Polizei? Da vorne! Nein, bitte, bitte! Leute, ich liefere dich aus, Mann! Nein, du will jetzt nicht auf! Ich liefere dich jetzt hier aus, Mann! Du hast das Polizeiauto geklaut und dafür musst du jetzt eingesperrt werden! So, rein, Ente! Nee, Alfa! Nein, bitte! Los, und Tür zu! Jo, du Schein, du schmitten, lass mich hier raus! Hä, ich darf jetzt als Polizist arbeiten, na, stopp! Okay, ich habe jetzt hier meine Polizeiuniform, Ente! Jetzt wirst du sehen, jetzt darf ich mir auch hier die Waffen nehmen und so, ich wurde eingestellt! Nein, bitte, bitte, hilf, ich muss ja aus dem Gefängnis auspreisen! Hä, kannst du nicht? Hä, was sitzt du da? Hä, 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 hä? Nimm gerade eine Cola! Hä, wo hast du die Cola? Du hast die mit reingeschmuggelt, das darfst du gar nicht! Los, ich mach die Tür auf, hör damit, hör mit der Cola! Nein, nein, bitte, bitte, nicht die Cola, seid bitte! Oh, ich kann ja ausbrechen! Wie, du kannst ausbrechen, hä? Hey, das Gefängnis ist ja gar nicht sicher hier! Oh, oh, Ente! Okay, ich habe dich, Ente, es ist zu spät! Ich muss weg hier, ich muss hier raus! Steh mal, Ente! Nein! Nee, du fahrerst mich ab, Bro! Kann ich das? Oh, 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 oh! Ja! Ja, ich bin in den Bus fahren, nein! Nein! Ich muss schon ein Polizeiauto holen, Leute! Da, 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 da! Da vorne bist du, da ist dein Bus, das war's! So, du kannst nicht mehr weiterfahren, es ist vorbei! Aussteigen! Nein, bitte, einfach! Aussteigen, Ente! Wir können über alles reden! Los! Nein, Bro, bitte! Ich habe gar nichts gemacht! Ja, ich verzeihe, Ente, ich nehme dich nicht mehr fest, okay? Echt jetzt? Yeah! Und ich habe es gesehen, mir wurde Geld endlich zugeschrieben auf mein Konto! Hä, warte! Ich wusste gerade dein Polizeiauto! Ich kriege Aruf von meiner Bank, ich habe genug Geld für ein Auto, Ente, wir können uns schon ein Auto leisten! Lol, ich auch! Oh, lass es zum Autoladen gehen, let's go! Let's go, Alter! Oh, guck mal, kann man sich Autos kaufen? Lol, als ob man sich die ja kaufen kann! Nein, da steht schon Entenblogs, aber ich will das hier kaufen, weil ich habe genug Geld! Hey, ich will das! Nein, jetzt muss ich das Schrottauto nehmen! Lass die Schrott, Ente, das kann auch fahren, das hat auch vier Räder! Yoga, Alter, uns fährt nicht so schnell! Jetzt können wir uns endlich Autos leisten! Und was? Was, warte, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ich habe auch ein Haus jetzt, was ich mir leisten kann zur Miete! Was, was, ein Haus? Hey, nimm mich nicht mit, ich will mein eigenes Auto fahren! Warte, folgt mich, ich habe die Adresse bekommen! Ich kann jetzt sogar mein eigenes Haus aussuchen, was ich will! Oh, ich habe auch eins, ich habe die 19! Oha, ich gucke gerade, ich habe hier gerade die 18! Ich kam in... Oha, ich gebe so viele zu aus, weil ich richtige Designerhäuser hier! Oh, das sieht cool aus! Ich will einfach nur das Kuss, was ich kaufen kann! Das sieht ein bisschen aus, so wie Stein und Holz und so, warte, ich gucke mal! Oha, guck mal, das wird gerade für mich gespawnt und hier gebaut! Was, Alter, wie nice! Ich darf jetzt hier drin leben, als ob! Warte, es lebt gerade noch! Und ich kann jetzt Kameras installieren, ich habe so meine Kameras in meinem Haus, alles ist hier sicher! Ich habe das Schuhuhwagen, Alter! Nein, das hoffst du dir nicht mehr leisten kannst, endlich, ich dachte, du bist auch reich geworden! Joa, aber das ist so ein Rentschuhwagen, schau dir mal an, wie fresh da aussieht! Ja, aber du hast halt nicht so viel Platz, ne? Okay, oha, guck mal in das Bett, Alter, das sieht so cool aus! Joa, das ist trotzdem nice! Guck mal, man kann oben raus gucken, Nachthimmel, kannst du sehen! Oha, eigentlich schon cool, aber ich habe hier jetzt auch ein neues Haus, guck mal! Was, wie kannst du dir so was leisten? Mit welchem Geld? Ich weiß nicht, lass die mal rein! Hä, ich weiß selber noch nicht! Oha, ist alles hier für mich, aber hier drin ist doch voll leer! Ich muss doch die ganzen Möbel einrichten und so! Wohnzimmer ist hier schon mal, guck mal, wo kannst du dich hinsetzen? Wie funktioniert das hier einfach aussieht? So heftig fresh! Viel zu krass, was geht hier ab? Wie konnte ich mir das leisten auf einmal? Ich habe noch nicht viel verdient! Joa, du bist selber sind, du willst du schulden! Ja, ich glaube, ich habe mir irgendeinen Kredit genommen und kann mir das eigentlich alles gar nicht leisten, aber egal! So, hier können wir auch rausgehen! Oha, man kann ja auch richtig cool spazieren und alles rumgucken! Was, ein cooler Balkon! Und ich habe sogar einen eigenen Computer! Ich kann ihn auch benutzen hier! Zack, zack, mein Computer ist auf dem! Da kommen Hundebilder, Leute! Lasst euch da, lasst euch da! Und dann würde ich es dir gefallen und dann würde ich sagen, tschüss! Ciao!